Wenn du dich für den Essex Gel Cumulus 15 interessierst, dann gehörst du bestimmt zu der großen Gruppe von Läufern, die seit Jahren auf dieses Modell schwören. Und falls dir als Laufanfänger der Cumulus empfohlen wurde, dann bist du hier auch richtig, denn dieser Schuh spricht eine große Zielgruppe an. Das neue Mesh-Gewebe im Obermaterial ist noch grobporiger gehalten und ist dadurch noch atmungsaktiver. Auch der Cumulus ist mit der Soulight-Zwischensohle, die hochwertigste Zwischensohle, die Essex besitzt, ausgestattet und zusätzlich gibt es Dämpfungselemente im Fersen- und im Vorfußbereich. Das Guidance-Trustic-System, das Essex-Fans bisher nur vom großen Bruder Nimbus kennen, ist jetzt auch im Cumulus integriert. Dazu gehört auch die durchgehende Flexkerbe in Längsrichtung, die sogenannte Guidance-Line, die ein sehr natürliches und dynamisches Laufen vermittelt. Der Leisten des Cumulus ist übrigens an die männerspezifische Fußanatomie angepasst. Ja, der Essex Gel Cumulus 15 kann auch schnell dein Lieblingsschuh werden, wenn du ein leichter bis mittelschwerer Läufer mit neutraler Abrollbewegung bist, der einen Schuh für verschiedene Einsatzzwecke sucht. Und du kannst ihn in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com